hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft zusammen mit flubber hallo stefan weitkrieger hallo und den schönen deballator ha ich bin schön wunderschön er hat mir wieder eingebildet um ja ja und das war es auch schon jetzt schweigen wir einfach die restlichen 30 minuten ja ich würde sagen das reicht eigentlich jetzt mal die aufnahme wieder stoppen ich bin ein idiot ich bin so ein verdammter idiot ja warum krieg ich mal hey bye krieger herzlichen vorweg darf ich dich für einen power 3 bogen begeistern hier musst du nur reparieren für zwei oder drei level ja leider gar keine level und und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alter. Verpisst dich, Alter. Die Bedenken, die du hast, sind schon echt schlug. Warte, wie viel hast du ausgehoben, aber noch immer keinen einzigen Diamant hast du gefunden? Doch, Stefan hat hier schon Gier gefunden gehabt. Jo. Du holst dich mal den auch gleich ein. Wenn ich wirklich einen finden würde, dann würde bestimmt Blubber AFK gehen. Dann lief ich halt echt. Doxy, gib dein Bestes, such eins wie dir. Ja, ich such einen, keine Sorge. Ich hab Redstone gefunden. Ja, Abkauern, hinten dran ist bestimmt ein Dier. Ja. Das war Eisen dran. Ja, da hinten dran ist bestimmt ein Dier. Ja, genau, Lapis. Ja, da hinten dran ist bestimmt ein Dier. Ja. Ja, mehr Redstone. Hingang kommt der Dier. Ahhhh. Das Redstone-Eisen-Lapis und jetzt Redstone und schon wieder Eisen. Das Redstone-Eisen-Lapis. Weißt du Stefan, das was du hier trollst, wäre gar nicht so schlimm, dass ich lecken würde, wenn ich nach Hause komme. Das Redstone-Eisen-Lapis ist echt ein bisschen stärker. Vielleicht kann ich nur richtig die Kisten öffnen. Wo bist du jetzt hin, Blubber? Ja. Wo ich hin bin? Ja. Weg. Achso, da bist du. Also, bei mir lagts dich. Bei mir lagts grad wie verrückt. Alles braucht Ewigkeiten. Oh, das ist extrem weird. Ich hab keine Ahnung, was das für eine Höhle hier ist. Warte, ist das so... Oder ist das einfach Pink? Oh, wir sind... Oh, wir sind... Oh, oh, fuck. 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 Das sind Magma-Blöcke. Ja und? Die ziehen dich automatisch runter. Soul Sand schiebt dich nach oben. Magma-Blöcke ziehen dich nach unten. Und da gibt's die richtigen Magma-Blöcke. Na eh, die aus Nether. Oh, da hab ich auch schon raus. Achso. Nur halt in Unterwasserhöhlen. Äh, lag. Ja, ist er grad extrem gelag. Oh. Ja, bei mir lag grad eh alles, weil ich Hyping, Hyping hab. Solltest du nicht so viel Hyping haben? Mach mal die Pornodownloads aus, ja. Oh, das hab ich grad geschafft. Oh, wir haben Besuch. Oh, eine Rastfunktion. Wie setz ich mir jetzt diesen Homepoint? Mit nem Bett, in dem du drin liegst. Mit nem Bett. Ja. Das, dann stehen wir am besten. Hier. Ah, ok. Ja, einfach hinlegen und schön schlafen. Homepoint bleibt nur während das Bett steht. Also wenn ich's abbaue, ist er wieder weg, oder wie? Ja. Ja. Ok. Er könnte jetzt wieder aufstehen. Na, ihr? Glaube ich jetzt nur noch hin. Vielleicht find ich dann Diamanten. Wenn du die hast, findest du eigentlich die auch rein. Ja. Die werden dann ruhig rauskommen. Die sollen mal kurz nass werden, damit ich dann nochmal gucken kann, wie das aussieht. Ich hab Kohle gefunden. Das ist übrigens sehr schön mit Kohle, wie man geht. Ja. Mit Panoramaausblick. Ja. Im Prinzip war das tatsächlich meine Idee. Okay. So, wir sind aber auch schon wieder bei 30 Minuten angekommen. Das stimmt. Ich danke mich wieder fürs Zuschauen. Schaut bei Beidkrieger vorbei. Ich hab Diamanten gefunden. Jetzt ab sofort pick dich doch. In der Cannabis-Spiegelung ist. Außer Enderman bei mir im Haus. Und natürlich auch bei Devalado. Das stimmt. Ja. Ja, hier sollte man auch vorbeigucken auf jeden Fall. Hier gibt's Qualitäts-Content. Nicht so wie auf der Prixi-Schlur. Hier ist es an. Alles klar. Ja, ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.